Ja, ich bin Vorstandsvorsitzender der Kirchengemeinde in Friedberg hier. Ich wurde gefragt, was ist denn Church and Chips? Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Kirche und Kartoffelringe oder so. Also es geht darum, dass wir eine Bude gekauft haben und wollen nicht nur Menschen in die Kirche einladen, weil wir haben das gleiche Anliegen wie die, die vorher da waren. Da ging es ja um das Stichwort Rettung. Und wir sagen als Christen, es geht hier auch um Rettung durch Jesus Christus, damit man in den Himmel kommt. Und das wollen wir mit Church and Chips zu den Menschen bringen. Das heißt, sonntags kann man in die Kirche kommen, zu Angeboten ins Gemeindehaus. Aber es wird jetzt in Zukunft auch immer an öffentlichen Plätzen ab und zu Church and Chips unterwegs sein. Da kann man dann Pommes essen und kann mit Menschen, mit Christen ins Gespräch kommen über Glaubens- und Lebensfragen. Ansonsten ist, glaube ich, über die Kirchengemeinde ganz viel bekannt. Wir haben ganz viele Angebote. Kommt zu unserem Stand. Ich informiere euch. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.